Hi und herzlich willkommen zurück bei 100 der Blacker und einen weiteren Part bei Final Fantasy 7 und wir befinden uns hier oben an dem Krater, wo wir gerade im Berge rumgestiefelt sind und klaut sie irgendwas und da sehen wir diese Schindra-Typen mal wieder, wir hassen sie eh. Du hast es endlich gefunden, das ist ja wunderschön und du hast eine hässliche Lache mit Kia. Hör auf zu lachen, oh mein Gott. Der Typ, der feiert sich sowieso jedes Mal, äh der Hightecher. Das meinst du? Und da haben wir diesen Nojo, Penner und dazu Türk, Türk, Rute, nicht Türk. Wäre cool, wenn Türk hier mit spielen würde. Gut JD, die Turks, yeah. Mit Carla und Co. Gehen wir mal weiter hier. Oh Gott. Egal, die hat so voll geil umgekickt. Mal schauen, was auch hier wieder irgendwas uns bescheren an Items. Okay. Also wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht in den Wirbel geplumpst werden. Wir müssen warten, bis das irgendwie abgekühlt ist oder whatever. So. Äh. So, jetzt zum Beispiel. Ja, wir können mal so. So, sind wir nicht zurückgekickt worden und dann hätten wir wieder den Monster kämpfen müssen. Oder, keine Ahnung, schlagen wir uns tot. Oh mein Gott, da rennen wieder solche schwarzen Typen um. Ja, und kippen um. Ja, macht doch schön. Ja, springen runter. Glückwunsch. Oh mein Gott, das macht man nicht. Verdammt, ey. Okay. Oh, geil. Oh, das wollte ich doch schon immer mal bekämpfen. Das ist doch ein Traum. Oh, das ist niedlich, ey. Also wer hier, äh, Firehambender drin hat, was er erst bekommen hat, der würde sich hier ganz erteilen, bei dem Ding. Komm, gib was zu klauen, gib was zu klauen. Nein. Boom. Süß. Ich boxt dich um. Das ist eine gute Vorlage. Okay. Weiter geht's. Yay. Ich will mit drunter springen. Ja, gib uns halt kein Item. Dann halt nicht. Dann nehmen wir halt die Kaiserhand hier mit. Die ist für die Tiefer. Schauen wir gleich mal, ob das was Gutes ist für uns. Äh, negativ. Bäh. Gibt's Besseres. Guck, guck. Auch nix. Na, toll. Da hättest du auch runterspringen können, ey, verdammt. Oh, wie niedlich. Sind die nicht knuffig? Mal gucken, was sie können. Oh, diese Zunge. Komische Zunge. Oh, das ist ja. Oh, die macht ja sogar ein kleines, fitzöschen an Schaden. Oh, die haben ungefähr überzunehmen, gell? Boah. Knapp zwei KHP. Okay. Könnte nicht stehlen. Ah, das ist Pesch halt. Also ich war der Meinung, man könnte irgendwas cooles bei den Klauen, aber ich weiß es nicht mehr. Oh, ich muss noch mal trinken. Sonst wird das nix. Alleine geht das hier nicht. Ich glaube, bei denen könnte man ein Zelt klauen oder so. Aber das sind alles nur Vermutungen. Aber das sind alles nur Vermutungen. Ich soll hier rein. Ich soll hier rein. Hey, cool. Wir haben wieder diese Bretter. Yeah. Ich kann ja mal draufhacken. Und der Siegerstausend wird hier natürlich nicht fehlen. Warum kriegen wir eigentlich schlechtere Waffen getrunken, das ist doch bescheiden. Hey, von hinten, oh mein Gott. Springt uns ja voll ab. Was war denn das? Oh yeah, das hat gefeffert. Komet! Jetzt haben wir Komet 2, yeah! Jawoll! So, hier haben wir wieder so'n blöden Wirbel. Ah ne, der ist weiter vorne. Okay, anscheinend kann man hier ganze Zeit rüber. Oh Gott. War das knapp oder war das knapp? Hey, guck mal, wir haben hier sehr viel rot. Das ist mein Herz. Gib mir den Beat Herz. Gib mir den Beat Herz. Ach wir müssen laufen, sagt das doch jemand. Denk ich mal, oder auch nicht. Äh, okay. Und so. Unser. Er ist gekommen. Entkommen. Das kann ich mal lesen. Ey, ein Speicherpunkt. Wo die Kiste. Woll mal. Ja, was denn jetzt hier? Blub, blub. Blub, blub. Ja, ich hör's. Geno, die Genoas Zellen tragen. Okay. Ja, geht los jetzt. Komm her. Wir wollen kämpfen. Ey, so'n Penner. Was boxt du uns hier einfach um? Ey. Das ist ein Vogel. Komm her. Wir wollen das Spiel beenden. Yeah. Soll ich mal catchen wieder. Wieder so ne lausige Genova. Genova tot. Um genauer zu sein. So, hauen wir hier mal schnell rein. Dann hauen wir hier mal Regen rein. Und der macht das. Ist okay. Au. Uu. Okay. Hauen wir hier gleich mal den Bahamut drauf. Weil wir's können. Einfach nur. Dann hauen wir hier noch Kummer 2 drauf. Und hauen hier noch den Neo-Bahamut drauf. Und schon müsste das Fehltod sein. Nicht. Keine Ahnung. Ich glaub nicht daran. Wäre cool. Das ist doch epische Battlemusik, hä? Ja, mei. In your face. Guck mal in zwei. Aber gleich nochmal den Bahamut nicht drauf. Äh. Okay. Haben wir mal Qualung drauf. Das ist auch cool. Giga Flamme. Giga Flamme. Giga Flamme. Giga Flamme. So, den haben wir mit mir noch nie eingesetzt. Den Bahamut. Und dafür wird's jetzt Zeit. Den haben wir mit dem letzten Part bekommen. und wir sehen schon es geht schön hoch in die luft und wir haben hier den schönen roten wo haben die europa besser gesagt und das scheint es kann er zu sein um hier also man sollte ja nicht mit feuerschaden angreifen ich bin mir nicht so ganz sicher ob das hier vorher sein soll ich keine ahnung okay macht mehr schaden als andere barmuth haben wir noch den leviathan drauf hier soll feuer greifen wir nicht an ja mach halt das erst mal ich hau hier so lange gar nichts drauf ja klar hat auch nicht so viel schaden gemacht so das ist nämlich feuerschaden was das hier macht dieses rote licht rotes licht für die genaueren leute übergessen könnte man wieder eis mit dem fänden kartei müssen wir ja auch noch max hier friss die bubbles aber kein bubble tea jetzt ist der stahlklickschwert kommt so das wäre wacke jetzt wird der Titel jetzt wird der Titel dann wird der Titel der Titel er ist letztendlich Du bist zu langweilig, ey. Kleine Nummer drauf. Oh, Klo. Oh, nee. Werde dich schon vorher abgestirbt. Aber er scheint viel Leben zu haben. Bing. Radengel. Zum Glück haben wir Regen drauf und schnell und schlag mich tot. So, ich denke mal, ich glaube, der müsste 25.000 oder so haben. Aber ich weiß gar nicht, wie viel wir schon mittlerweile abgezogen haben. Auf jeden Fall mehr als genug. Granate. Verdammt, dass wir kein Eis 3 mit haben. Verdammt, dass wir nicht mehr hast. Ich bin jetzt auch nicht mehr so wie ein Eis 3 mit. Es ist schon ein Eis 3 mit. Wir spielen die Einladung. Was machst du? Okay Oh Niiiit Putzig Wir haben ihn da Endlich Wir haben mal Zeit Oh yeah, und es regnet XP Und nein, Spiegel regnet mal ein Niiiit Hey Da ist die schwarze Substanz So Nehmen wir mal hier die schwarze Substanz Zum zweiten Mal Mittlerweile also wir müssen sie red geben also eine naki so und immer weiter nach vorne gehen oder auch nicht hätte sein können okay wir mussten einfach bloß jemand anquatschen und dann halt nicht jetzt kann man weiter nach unten gehen mp turbo okay so nehmen wir hier die substanz erst mal hier die kiste so rum okay gift ring haben wir hier gekriegt und ich würde sagen bevor wir jetzt hier weiter gehen werde ich hier den part wieder erstmal beenden ich hoffe euch hat es gefallen und wenn ihr mehr sehen möchtet könnt ihr meinen kanal gerne abonnieren wenn ihr kein abonnet seid oben rechts müsst ihr das verlinkt sein oder so oder über den video links und wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr gerne das video bewerten und wenn es nicht so gut war dann möchte ich gerne ein feedback haben und ja gut dann würde sagen wir sehen uns wieder im neuen part wieder mit euren hd blacker und wieder mit derselben truppe genau dann bis zum nächsten mal